Zum Leben gehört auch immer der Tod. Viele, gerade ältere Menschen, verbringen ihre letzten Tage und Wochen oft auf einer Palliativstation oder im Hospiz, wo SterbebegleiterInnen und PalliativpflegerInnen sie auf ihrem letzten Weg begleiten. Die sogenannte Biografiearbeit ist fester Bestandteil dieser Pflege. Dabei wird die Lebensgeschichte der Sterbenden aufgezeichnet. Wir fragen uns heute, was bedeutet die Biografiearbeit bei Sterbenden? Mein Name ist Laralena Gödde. Hi! Zurück zum Thema. Etwas hinterlassen, sich ans eigene Leben zurückerinnern oder einfach nochmal ein langes Gespräch mit jemandem führen. Auf dem Sterbebett können diese simplen Dinge Großes bewirken. In der Palliativpflege, die sich auf die Pflege von schwer erkrankten Menschen an ihrem Lebensende richtet, gibt es deswegen die Biografiearbeit. Über Gespräche und Erzählungen wird hier die Lebensgeschichte von Sterbenden aufgezeichnet. Das kann nicht nur für die Sterbenden selbst gut sein, es ist auch ein ganz spezielles Stück Erinnerung für die Hinterbliebenen. Was bedeutet also die Biografiearbeit mit Sterbenden? Darüber habe ich mit Sabrina Görlitz gesprochen. Die ist Palliativbegleiterin an zwei Hamburger Krankenhäusern. Als erstes habe ich sie gefragt, wie die Biografiearbeit denn konkret aussehen kann. Also in meinem Fall ist es so, dass ich Patienten oder Patientinnen auf einer Palliativstation besuche und mich, wenn sie Interesse haben, zu einem circa einstündigen Gespräch verabrede und dort über die wichtigsten Stationen ihres Lebens spreche oder die wertvollsten Erinnerungen oder auch Gedanken, Wünsche, Ratschläge, die sie vielleicht für ihre Liebsten hinterlassen möchten, wenn sie mal nicht mehr da sind. Und dieses Gespräch zeichne ich auf. Also es gibt eine Audiodatei, die ich dann danach verschriftliche und am Ende entsteht ja so ein 10, 12, manchmal auch 14, 15-seitiges Booklet in den eigenen Worten des Patienten oder der Patientin, was er dann seinen Liebsten verschenken kann. Und es geht eben darum, einen Teil des Menschen, der gehen muss, festzuhalten. Also einen Teil, der hierbleiben darf von ihm sozusagen. Um die letzte Zeit der Menschen zu erleichtern, wird die Biografiearbeit angeboten. Und das ist schon seit mehreren Jahren eine anerkannte Methode in der Palliativpflege. Was bedeutet die Arbeit aus Ihrer Erfahrung für die Sterbenden selbst? Also ich glaube, für die Sterbenden ist es einfach zum einen, ja, ein Rückblick und insofern auch ein Feststellen, hey, mein Leben ist wahr. Das hat wirklich stattgefunden. Ja, es geht jetzt zu Ende, aber es hatte eine Bedeutung und ich hinterlasse Spuren. Und insofern ist die Biografiearbeit in jedem Fall auch ein Stück Trauerarbeit. Also ich gucke auf das, was war und erkenne, dass es jetzt vorbei ist oder bald vorbei sein wird. Aber ja, dass mein Leben auch quasi dadurch nur ein schöpferischer Akt gewesen sein kann, dass es endet. Ja, so kann man das vielleicht sagen. Wie ist das für die Hinterbliebenen, die die Biografien dann irgendwann erhalten? Was haben Sie da erlebt? Auch da ist es ganz unterschiedlich. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine ältere Dame, die also voller Liebe von ihrem bereits verstorbenen Mann erzählt hat und wirklich nur auf die guten Zeiten schauen konnte und auch nur auf die guten Zeiten schauen wollte. Denn ihre Tochter erzählte mir später, dass es sie total berührt hat, dass ihre Mutter so voller Dankbarkeit und Liebe auf ihre Ehe schauen konnte, die wohl tatsächlich in Teilen auch sehr schwer und nicht einfach war. Aber dieser Blick auf das Leben vom Ende her ändert mitunter nochmal die Perspektive. Also das, was vielleicht für jemanden in einer bestimmten Phase seines Lebens sehr schwer war, ist vielleicht rückblickend betrachtet gar nicht mehr in Anführungsstrichen so erwähnenswert beziehungsweise es wird anders drauf geschaut. Und das ist toll für die Angehörigen. Und natürlich ist es einfach total schön zu lesen, dass man auch selbst so eine große Rolle in dem Leben des Anderen gespielt hat. Also dass man selber, ja, dass man auch eine gemeinsame Geschichte hat und dass man Teil da eines Lebens gewesen ist, das jetzt zwar gegangen ist, aber auch da wieder eine Bedeutung hatte für alle. Betrifft Ihre Arbeit denn überwiegend SeniorInnen oder haben Sie auch schon mit jüngeren Sterbenden zusammengearbeitet? Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal was ganz, ganz anderes ist. Ja, also naturgemäß ist es natürlich glücklicherweise so, dass die meisten Menschen versterben, wenn sie älter sind. Aber auf einer Palliativstation ist es natürlich auch immer wieder so, dass jüngere Menschen dort sind. Und ich habe einen Unterschied gemerkt, vielleicht insofern bei einem Leben, das über mehrere Jahrzehnte reicht, da geht das oft um Fülle, also dass man sagen kann, hey, das habe ich gemacht und das ist passiert. Sowohl die guten als auch die negativen Dinge. Aber mein Leben war voll. Und in einem jungen Leben, na, da fehlt natürlich vielleicht der eine oder andere Meilenstein. Und da habe ich dann festgestellt, da geht es dann oft mehr um Sinn. Also auch in diesem kurzen Leben einen Sinn zu finden, einen roten Faden, der jetzt vielleicht abreißt, aber der trotzdem, ja, wichtig war. Also ich habe trotzdem eine Rolle gespielt und kann etwas hinterlassen. Also das ist sicherlich nochmal ein Unterschied. Und das ist auch für mich als jemand, der mit jüngeren Menschen zu tun hat, natürlich auch nochmal was anderes. Ja, klar, als wenn man selber einfach auch dichter dran ist, auf jeden Fall. Wie ist das denn für Sterbende mit Demenz? Gibt es da andere Methoden? Also wichtig für meine Art der Arbeit ist schon, dass der Mensch also noch versteht, welche Art der Arbeit er da jetzt gerade durchführt. Ich habe tatsächlich noch nicht an demenzerkrankten Menschen gearbeitet. Aber was ich mir vorstellen kann, ist diese Form der Arbeit auch vielleicht mit Angehörigen zusammen in einem früheren Stadium der Demenz durchzuführen. Ansonsten, um Ihre Frage vielleicht ein bisschen konkreter zu beantworten. Ich habe aber schon mal davon gehört, dass es bestimmte Storytelling-Angebote für Menschen mit Demenz gibt, wo dann zum Beispiel ein Foto hingelegt wird und die Menschen dann auch in einer Gruppe einfach darüber eine Geschichte entwerfen oder entspinnen. Und es ist ja tatsächlich so, also viele an Demenz erkrankte Menschen sind dann vielleicht nicht mehr in ihrer alten Rolle. Und es gibt vieles, was sie nicht mehr können, aber sie sind sehr gute Geschichtenerzähler. Ob das denn jetzt immer alles ganz wahr ist, das ist dann, glaube ich, gar nicht so wichtig. Aber in dieser Rolle kann man sie stärken. Und da gibt es auch Methoden, aber das ist etwas anderes. Also es reicht von meiner Art der Arbeit etwas ab. Wie sieht das denn dann ganz praktisch aus? Also ich habe eine Angehörige, eine Angehörige und finde diese Biografiearbeit gut. Möchte dieser Person das vorschlagen? Wie ist da auch der finanzielle Weg? Also wird das in dem Hospiz dann mit angeboten oder ist das eine Dienstleistung, die extra oder privat bezahlt werden muss? Wie sieht das dann aus? Ich kann natürlich nur für die Palliativstation sprechen, auf der ich momentan unterwegs bin. Da ist es so, dass da eine Stiftung hinter steckt, die also dieses Projekt Lebensschätze, wie wir es nennen, spendenbasiert finanziert. Und das ist total schön, weil die Idee ist auf jeden Fall, dass der Patient oder die Patientin das nicht bezahlen soll, weil das ein Angebot sein soll, was ja für jeden offenstehen soll, unabhängig des Einkommens. Und natürlich ist es auch so, also mit dieser Arbeit werde ich nicht reich, aber also nur in Anführungsstrichen reich im Herzen. Aber es ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, der bezahlt werden muss. Aber ja, schön wäre es auch da wieder, wenn sich mehrere Einrichtungen, Förderkreise, Stiftungen und so weiter finden würden, die diese wichtige Arbeit finanzieren. Das eigene Leben Revue passieren lassen, dabei hilft die Biografiearbeit von PalliativbegleiterInnen. Viele der KlientInnen von Sabrina Görlitz empfinden Wahrhaftigkeit für das eigene Leben und Akzeptanz für das unausweichliche Ende. Und auch die Hinterbliebenen können Unterstützung in der Trauerarbeit finden. Doch damit mehr Menschen von der Biografiearbeit profitieren können, braucht es mehr Aufmerksamkeit für das Thema und mehr SterbebegleiterInnen. Für unsere Themenwoche Tod haben wir uns unter anderem die Frage gestellt, ob wir zu wenig über den Tod sprechen. Wenn ihr Interesse habt, hört doch einfach mal rein, zum Beispiel über Spotify. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mira Emmerling, Sophia Ulmer und Lars Fein. Produziert wurde sie von Benjamin Zerdani. Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Laralena Gödde. Ich sag tschau. Zurück zum Thema vom Podcastradio Detektor FM.